Ist das lange her, dass ich überhaupt Outer City geöffnet habe, überhaupt ein Country aufzunehmen, ey. Der einer drinnen fragt sich gerade bestimmt jetzt so, was das für eine mysteriöse Stimme hier aus dem Screen, Alter, oder aus dem Handy. Aber der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, ja, da war noch irgendwas mit der echten Rolls-Roll. Guck mal, bekannt so, der Typ. Aber auf jeden Fall, richtig, richtig lange Pause, richtig lange nicht mehr überhaupt Sony Vegas geöffnet, um ein Video zu machen, Alter. Das ist richtig, richtig lange Scheiße, ey. Ja, ich habe noch nie so lange Pause gemacht, das war auch eine richtig fette Pause sowieso, weshalb, warum, wenn ich frage bei Deutsch, als sage ich so mal in den nächsten Videos, was kommt bei euch so in zwei Tagen oder drei Tagen, denke ich mal, weil das wird jetzt nur so ein kurzes Video sein, als Lebenszeichen sozusagen, dass ich nicht eine komplette Leiche bin, sondern hier noch ein bisschen am Drumzucken bin. Ihr wisst Bescheid. Das ist nur ein ganz kurzes Video, um überhaupt mal was rauszuhauen, weil ich habe euch echt lange warten lassen. Hintergrund, irgendein Big-Offs-2-Gameplay, ihr wisst Bescheid. Das Spiel ist wahrscheinlich schon älter als manche Zuschauer und, ja, in der Videobeschreibung seht ihr noch so einen Link vom Kollegen, also zum YouTube-Chair von einem Kollegen, na, ist klar. Er wird halt in nächster Zeit viele Live-Compties bringen, falls ihr einen Fertigstoff gehabt habt, deswegen könnt ihr da gerne vorbeigucken, MV3, äh, World of Warcraft, wollte ich schon sagen, Advanced Warfare und Black-Offs-2-Life-Compties halt, wird sich darauf spezialisieren. So ein richtiger Professor wird, dass wir Live-Compties, falls ihr auch steht, einfach hingehen, draufklicken und abonnieren. Auf jeden Fall, Kollege von mir und ich denke, wir hören uns die Tage, also in zwei, drei Tagen. Das war ein wirklich kurzes Video. Lasst einfach ein Like da und ich werde euch in dem nächsten Video alles erzählen, wieso letztendlich kein Video mehr kam. Also wird ein längeres Video, sondern das nächste wird so in zwei, drei Tagen waren diesmal versprochen, dass es jetzt hier nicht wieder eine Woche dauert oder so, aber morgen glaube ich nicht, aber weil, ja, morgen wird es halt schlecht sein, aber so Dienstag, Mittwoch sowas. Aber auf jeden Fall bis dann, ne, und war schön, euch überhaupt mal wiederzuhören. Deswegen lasst ein Like da und haut rein. Ah ja, den Spruch hab ich schon lange nicht mehr gesagt, MMOGA unten in der Beschreibung. Gut.